so ein wunderschönes doch herzlich willkommen zurück zu für etwas ja weil es play meint ist oder warum gesagt meint ist let's play jetzt muss ich mir überlegen waren wir eigentlich doch fertig gemacht genau gott wir waren fleißig wir haben gestern das ganze dach fertig bekommen ja gut dann würde ich mal sagen machen wir heute schon heute die feldarbeit machen ja genau das lager einweilen da können wir das ganze zeug was wir jetzt hier in dem in den dings haben gleich direkt ins lager werfen hier die ganze ganze zeug auf dem feld wäre eine idee sollte man aber erstmal mein inventar aufräumen also da ist eine ganze menge aber trotzdem für feldarbeiten hätte ich gerne ein leeres inventar ja dann gucken wir mal was wir alles ins lager räumen weil alles möchte ich jetzt nicht im lager haben aber die sachen wovon wir halt extrem viel ernten da bietet es sich denn tatsächlich schon ein bisschen an so hier kommt das rein und unten kommt dann das und das und das und das und das und das rein wobei die sachen die lager ich ein bisschen bei mir im backpack und nicht immer andererseits ich kann auch hier direkt lagern so nahrung kommt natürlich da rein erde kommt natürlich da rein und da rein die schreibtisch habe ich noch vergessen oder die säge die werkbank so dann können wir jetzt hier nahrung narieren bei der wägel könnte ich auch gleich das gleich direkt das aus den kisten mitnehmen dann haben wir nämlich dass jeder das getreide kommt nämlich auf jeden fall ins lager ins neue so dann halt hier unten das heißt wir haben jetzt erstmal reis ich bin aber auch dumm ich will immer erst getreide machen so dann kommt das reis dann kommt dass wir davon haben auch eine ganze ganze menge und dann ein bisschen thematisch sortiert das heißt erst kommen die dinge dann kommt kommt kartoffeln und gurken dann kommen die mohren und äpfel mit dem rest müssen wir erstmal gucken von zwiebeln und diese wo ist das nochmal das sind ja zwiebeln ist das hier knoblauch mir sagt der englisch begriff gar nichts kann das sein dass das knoblauch ist egal müsste ja eigentlich ne und das rest kann hier drin bleiben das rest ist total hier nicht aber schon mal das ganze grobe ne das wovon wir echt massen haben das kommt halt alles mal schön raus wobei ich gar nicht weiß ob wir überhaupt alles karte ins inwetter runter bekommen die ersten stext sind nämlich gleich voll und wir sind voll ja gut das fängt ja gut an dann müssen wir schon anfangen auszulagern ja das hat jetzt genau richtig geklappt so bitte dankeschön ja so wo ist runter gefallen nein so so Wolle werde ich vielleicht erstmal nicht ins lager packen obwohl davon haben wir gerade von den saplings da haben wir auch nicht so viel bekommen wir eigentlich immer nicht oh schon wieder voll äh da wir ok also nur die zeltnik sind voll die weizen sind voll das andere geht noch ähm ich packe mal die hinten noch mit rein so so und so was wollte ich jetzt grad sagen keine ahnung ähm so genau die baumwolle davon werden wir nicht so viel haben weil die wolle an sich verbrauchen wir immer gleich und die sapling also die samen davon schmeißen wir einfach direkt weg ich meine die samen könnten wir sich aufheben aber dafür ein einzelner schubfachumfuhr zu verbrauchen es hat auch wieder ein bisschen sinnfrei so wie sieht es jetzt hier aus da haben wir noch nicht mal ein steck jemals voll sehr gut ja ja gut ist das so und dann werde ich euch mal zeigen wie das lager super schön funktioniert so die wolle lasst erstmal da so hier haben wir auch wieder jemals mehr als das deck interessant bei den grünen finde ich nicht bei den grünen entweder bekommt wieder weniger oder dann bisher weniger geerntet was aber keinen sinn macht weil ich habe bisher immer alle vier fälle mit einmal geerntet von daher hätte das nicht wirklich vorstellen aber wer weiß aber gut so was jetzt kommt ist das hier bam 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 so dann haben wir erstmal ja doch erstmal nacheinander äh nicht essen sondern achja das leben eines bauern die ganzen tag fällt dabei ja gut ich meine ne das ist natürlich der nachteil an den großen feldern ähm die möchten natürlich auch bewirtschaftet werden und das machen sie nicht von alleine da muss man schon ein bisschen nachhelfen jetzt kann wir jetzt alles lagern dafür haben wir jetzt das lager gemacht daher auch der name äh bräuchte ich nur noch so eine so eine so eine ja so ein wesentliches traktor oder sowas oder hat er glaube ich mal erzählt ne so eine motto mit man sachen automatisch also großflächiger gießen kann aber auch vor allem nicht alle aber ernten kann wir haben eine geile sache und wir sind voll ich glaube das nicht ich glaube das nicht äh dann kommst du nach da und du nach da du nach da und du kommst da an hallo 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 maximaler hallo 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 tja was wir hier mit dem rhabarber machen ob wir das tatsächlich auch noch irgendwo einlagern bei der menge meine mit rhabarber kann man jetzt so mindestens gerichte machen also hier so was wie donuts und so kann man damit machen wir brauchen mal zucker her wenn ich mal so fragen weil ganz ehrlich zucker wir haben eine ganz gute sache wenn wir das fünf davon hätten für die meisten gerichte brauchen wir halt mehl und zucker und mail haben wir zwar jetzt sogar reichlich aber halt kein zucker oder haben wir schon zucker und ich weiß noch nichts davon wo bekommen wir sogar her sogar schon da bekommen wir okay dann müssen wir auch unser papier ist auf jeden fall ernten öfters mal dann machen wir das jetzt ein bisschen gleich mal direkt ich glaube ich packe jetzt mal die angst ich war doch erstmal jedes ganze scheiß ins lager rein so jetzt seht ihr mal wie es funktioniert also wir brauchen hierfür brauchen wir acht plätze plus noch mal zwei genau ist da was wollen wir haben immer drei das heißt wir haben jetzt quasi immer thematisch gesehen sechs felder dann pflanze ich hier mal doch auch dass die baumwolle mit ein das macht dann thematisch einfach sinn jetzt kann ich die kriege aber gar nicht mehr weg werden das ist jetzt aber nicht so nett das hat so ich bin ja bescheuert weil wir backpacks hier wird k o hier wächst irgendwie echt ultralangsam, also. Es wächst zwar aber eben halt nicht wirklich das, was ich jetzt als schnell bezeichne. Schnell sieht für mich anders aus. So, okay, folgendes. Genau, das heißt, die Stäbe hier kommen alle raus. Jetzt kommt alles so rein, wie es auch einsortiert werden soll. Das heißt, ihr müsst leider auch erstmal weg. Braucht den Platz. Dann kommt das gelbe wieder rein. Ah, das gelbe habe ich schon drin. Was kommt denn dann rein? Wir haben gelb, weiß, grün und irgendwo musst du noch rot sein. Ach nee, das ist das rote hier. Das ist das gelbe. Ah, okay. Sehr schön. So, das heißt, das kommt da rein, 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 das kommt da rein. So, wenn ich jetzt hier was in die Kisten rein mache, also erstmal mache ich natürlich noch die anderen Dinger hier mit, ne? So, wenn ich jetzt hier ein bisschen was rein tue, von zum Beispiel dem Reis, dann würde es halt hier überall gucken, wo passt es rein und weil hier halt überall Stäbe drin sind, kann sich das Reis hier nicht drin anlagern, sondern geht zwangsweise in den einzigen, wo schon Reis drin ist, da mit rein. Aber da kann es halt rein. Und genau diesen Zweck haben wir diese ganzen Stäbe. Die sorgen halt dafür, dass sich hier nichts anlagert, was wir bereits woanders drin haben. So können sich natürlich auch keine neuen Sachen anlagern, das heißt, wenn wir etwas zum ersten Mal hier hinzufügen, dann müssen wir es erstmal händig reinmachen. Aber eben, wir können es dabei natürlich auch gleich mal sortieren, so wie wir es haben wollen. Von daher würde ich es sowieso immer erstmal händig machen. Und ab dann geht es halt sowieso nur noch da rein. Das ist quasi so der Hintergrund. So. So, hier machen wir es jetzt auch schon thematisch. Jetzt muss ich nur drauf achten. Ich vergesse ich dir gar nicht aus. Gut, du musst du erstmal frei sein. So, jetzt wieder rein mit dir. Jetzt kommst du da rein, du da rein, du da rein, du da rein. Du kommst mal, doch, du kommst auch hier mit rein, da mit rein. Das jetzt wiederum etwas, ne, Obstigara. Dementsprechend kommst du auch hier mit rein. Davon haben wir auch massig. Und dann kommt nämlich hier äh, später das Rhabarber rein. Da hole ich auch mal ein gleiches Deck von. Oder zumindest ein paar vereinzelt erst mal. Ich hab ja gleich alles. Ganz ehrlich, warum nicht? Ich hab ja gleich alles. Eigentlich kann ich die Dinger hier auch gleich mit ernten, ne? Muss ich jetzt abwohnen oder mach ich jetzt was kaputt? Ach, okay, ich bekomme dann beide. Sehr schön, dann sind die auch endlich mal hier voll bestickt. Oh, denn das war ich fertig. Na, schau mal eine an. Das geht nie ab. Hab ich bei denen gar nicht drauf geachtet, ob ihr auch überhaupt alle fertig waren. Oh ja. So schlimm wird es jetzt auch nicht, wenn wir da eins gekappt hätten, was noch nicht fertig gewesen ist. Uns mangelt ja nicht an Mangelware. So, was ist das jetzt hier eigentlich alles? Also hier sind Tomaten. Was ist das hier? Kann sein, dass das hier Gurke und Tomate ist? Nein. So, das hier waren die Zwiebeln und die Knoblauch. Ja, und da hinten natürlich unsere Petersilie. Spaß. Unser Knoblauch. Spaß. Hä, was ist das hier eigentlich? Kommt schon wieder so viele Sachen, wo ich nicht weiß, was es ist. Auf jeden Fall, das hier ist halt alles unser Zeug, was nicht wächst. Unsere Baumwolle. Genau. Die wollten wir abernten und dann gucken, was wir da stattdessen hinmachen, da wir Baumwolle bereits bei uns direkt am Lager haben. Echt, die Hälfte ist schon wieder fertig, halt. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. So, jetzt können wir das hier mit reinmachen. Also das kommt dann damit hin. Das kommt damit hin. Und was wollte ich da reinmachen? Ach ja, das hier. Das kommt da mit rein. Wisst ihr was, ich mache ein bisschen mehr thematisch. Das heißt, die Weintrauben sind da auch eine Art Traumschildrich-Beeren-Strick-Revis der Geier, was. Von daher macht das mal lieber so hier. So. Und jetzt kann ich quasi hier noch alles reinmachen, was wir sonst noch so drin haben. Und das wird dann automatisch mit in die Kisten einsortiert. So ist der Plan. Das gleiche gilt natürlich für die alle, dass wir noch im Backpack drin haben. Das kommt jetzt alles schön hier rein. das ist alles nach und nach einsortiert da sieht man schon wie es dann weg geht der langsam ja aber hat ja zeit vor wie gesagt es darf nicht so schnell ansonsten es ist hier hoffentlich hat ratsch drin was natürlich für lex sorgt und deswegen soll dann möglichst wenig in dem roch hinten drin sein das heißt möglichst wenig langsam nur nachsortiert werden und hier platz drin ganz ehrlich ich meine wie viel zeit wieder tatsächlich hat natürlich eine andere frage weil das problem ist natürlich dass das ding hier natürlich nur dann aktiv ist während wir auch hier in der gegend sind wobei ich weiß gar nicht nicht mese kommen und die sind ja immer aktiv das heißt sie müssten auch aktiv sein wenn ich gar nicht in der region drin dann können wir mal gucken ob es morgen weil ich glaube meine heutigen session ist noch nicht alles hier weg aber wenn das morgen alles weg ist doch alles einnotiert ist da können wir mal die probehalter stich rein machen nachsam ist nicht dabei keine keine doch so aber hier unsere reserve die wollte ich dafür nicht anfangen ich schon mal kurz was ja und hier schon wieder die letzte fertig ist sogar alles fertig weil der eklopte nicht nicht wie schnell wechseln wir heute noch welche ein pflanzen wieder haha ja das hat funktioniert wie viel brauchen wir sechs mal zwölf also sind das im kopf gemerkt mal abracadraba seit 72 so davor ist 72 brauchen wir wieder so so wie geht das jetzt so kann ich jetzt auch zählen mit einmal aus dem geht nicht das geht nur entweder einzeln einzeln oder als deck ja gut machen wir das so als 234567 das war und jetzt so aber alles was wir brauchen um dafür wieder einzupflanzen drin sehr schön tatsächlich die roten sind schon allesamt fertig bei dem laufel noch ein paar vereinzelte aber wie schnell das geht holy shit wo ich hole meine axt für die dinger hier für die natürliche kacktee und dann noch eine axt für da hinten halt für das gedönst apropos gedönst sie sind auch lange im apverhungern einmal spitzhacke einmal axt und was würde ich jetzt noch machen nö merke ich nicht genau so können wir hiervon noch etwas wegpacken wie die 20 aus mit dem ganzen kakao also hier haben wir noch aufweite weißer farbstoff nein reis wieso ist hier weißer farbstoff das kann auch raus das hier auch ich sag mal so kakao rote beete kann ich auch hier drin bleiben das hier können wir noch mitnehmen davon werden wir auch noch eine menge ansammelnder weise ansammeln dann versuchen wir mal noch mal ein stack voll zu also so ein symptom das heißt jetzt noch mal sechs sachen die wir einsortieren da wäre einmal das und einmal das und das dann einmal das und einmal kacktein und dann hier oben haben wir noch mal wenn wir nie brauchen aber egal was du halt ich kann so dann gehen wir mal zum kacktein aus dem system ist auch wieder sachen einpflanzen ja gut das sollten wir machen das sollten wir tun so ich dachte die welt komplett abgebaut habe ich mich von meinem kronen verwöhnen lassen so ich habe warum wir sagt das zeug hier nicht so schnell wächst diese bambus es ist normalerweise schießt das aus dem boden wie nichts und das hier das ist eher so lahmarschig wie nichts vielleicht bauen wir von diesen bambus denn noch was an müssen wir mal gucken wie wir das am klärsten realisieren so tier das kann alles noch mal rein da 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 das kommt auch erstmal mit rein das wird bisher natürlich nur rumschwören aber wir machen ja hier gleich wieder voll so jetzt müssen wir aufpassen weil hinten schwörter bereits was rum das heißt so wollte ich jetzt noch stock wegnehmen wird der gradiert auch gleich was reinkommen das heißt ich muss schnell sein so da geschafft so jetzt kommt man mal wie es da wieder hinten da alle wissen was rumschwürt ist das nicht wunderbar wie ein konzert auf weiße gucken so jetzt müsste bei den guten der zähler immer weiter hoch gehen richtig du guckst hinten 309 139 und das führt genau da jetzt wird immer höher und langsam stück für stück wenn die morgen nur weiter einsortiert und so ist der gesamte plan so funktioniert dieses wunderschöne system so dann heißt es dass die seit jetzt sogar schon fast voll wir haben noch eins und ding übrig und damit hat er noch zwiebeln aus dem scheiß rein die zwiebeln sagen wir bereits hier vorne da hinten ist erstmal tatsächlich unbelegt lol dort haben wir reserve wir müssen ja noch zwiebeln zum beispiel also wir müssen ja noch paprika finden doch genau paprika chili weil ich weiß ob es paprika gibt es also von chili weiß ich chili haben wir letztens gesucht und noch nicht gefunden das heißt die müssen wir noch finden ob es paprika gibt es keine ahnung aber was auf jeden Fall noch brauchen ist ananas ich will ananas haben das heißt wir werden die sowieso noch ein paar hier brauchen ne so und hier kommt ja wie gesagt hoffentlich anderes zeug rein geröll gestein und sowas alles dann haben wir hier gleich getrennt ich finde das haben wir auch hier zwei verschiedene kisten hatte ich ja gesagt dass ich das dementsprechend systembedingt anbietet das hier zu trennen dann haben wir halt auf der seite alles was du mit nahrung und essen und feldern und so zu tun hat und das hier alles was so geröll baumaterial und dieser ganze kletterer dach ist so wie sieht es jetzt aus was habt ihr das da hinten alles hier hatten wir vor allen dingen was ich zwiebeln ach genau siehst du hier tomaten und so stunden auch noch alle was ist das jetzt hier warum wächst das nicht was auch immer das ist es soll wachsen so hier das sieht aus wie tomaten und gurken äh kartoffeln und gurken ja wie gesagt hier haben wir zwiebeln und ähm mann Knoblauch und was das hier ist keine ahnung ich wüsste ich gern was hier angepflanzt habe ach das sind diese bohnen und dann dürften das hier müsste das denn haben auch noch gar keine erdbein fällt mir gerade ein wir müssen noch wir müssen mal okay in der nächsten folge gehen wir durch die weltgeschichte ich brauche materialien ich brauche die strichliste ich muss mal die strichliste anlegen und dann geht's ab wir brauchen noch so vieles was ich was ich unbedingt angebot haben möchte erbären fehlt die können erbären fehlen der erbären das ist doch ich weiß nicht was ist los hier hat er mir sagt anders wird natürlich auch noch ja die diese ganze ich weiß nicht was das hier für eine mod ist bursches gehört zu irgendeiner anderen mod dazu aber also ne bursches ist keine mod die ich separat installiert habe sondern sie gehört glaube ich zu ita naja hierzu na ne eben zu der will kann es ja gar nicht dazu gehören ist ja hier gar nicht installiert oder könnte zu plant live auf jeden fall sind eine mod gehört das hier dazu und hier sollen wohl so eine büsche wachsen habe ich ja schon auf anderen selber gesehen da gibt es eine kleine richtig runden büsche die wachsen die sind immer ein block groß aber ich habe so was hier oft ist oft auf meins aber noch nie gesehen auch wo ich hier als wenn ich als ab und mal so rumfliegen über weite strecken da habe ich auch noch nie und wie gesehen also keine ahnung ob die mod die das hinzufügt auch diese gebüsche hinzufügt dass die hier in der natur wachsen oder ob man das selber aktivieren muss oder ja was auch immer da abgeht ich habe keine ahnung vielleicht habe ich da mal im forum nach aber wie sagt das hier das wird wird erstmal außen vor weil ich habe gesagt kann man aber was wir da machen aber es gibt wieder doch noch erdbeeren das weiß ich und halt anders deswegen die beiden sachen nicht auf jeden fall haben wir erdbeeren für die dinger mit apple gemacht genau hier probieren wir probieren menschen ich finde es hat nicht ein wie er auf englisch geschrieben wird ich suche einfach mal nach 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 bären allgemein himbeersmusik ist also genau das haben wir ja so trinkler haben wir noch nicht mit schnee also okay also eis in der tücke ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich für die kälte mit schon kalt ist aber ansonsten warum schnee das macht ja überhaupt keinen sinn so dass wir jetzt tatsächlich sogar schon machen das geil das hier können wir einer hier brauchen wir nicht so kaffee irgendein ging der zur gruppe mehl gehört und irgendein gegenstand der zur gruppe mehl gehört und irgendein gegenstand der zur gruppe zucker gehört und genau das hier haben wir noch nicht können wir machen ja indem wir hier die dinge abbauen diese dieser 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 papier aus nein doch papier aus also zu ok also hier sind die karotten mit bei stunden und tomaten hatten wir in einem atemzug angepflanzt gehabt schon dann muss das da hinten ja wenn das die 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 dinge da sind die also die dinge haben wir kopiert gehabt immer hier hatten wir hier haben wir noch gar nicht einsortiert ja sie ist also für zwölf noch tomaten und so die wir hier noch einsortieren und dann hatten wir halt hinten grüne bohnen nicht das ist ja das was ok komplett raus also wir werden hier auf jeden fall noch platz brauchen es wird ja auch eine ganze ganze menge scheiße da wird damit dann sitzt mit dem platz wahrscheinlich doch relativ knapp dann müssen wir das hier doch wieder aussortieren dann können wir die komplett rausschmeißen brauchen wir eh nicht ob wir das hier drin lassen müssen müssen wir gucken wie viel platz brauchen weil das primär für liebensmittel sein das heißt das ganze hier habe ich jetzt nur reingemacht weil es halt noch da war das heißt wenn der platz knapp wird kann der ganze karte hat ich auch wieder raus alles andere die anderen vier dinge natürlich nicht die sind fest belegt jetzt bleibt auch so ja ist natürlich so aufgeregt und noch die arten karotten alte viele haben denn da viele karotten das sind also nicht heftig und jetzt sieht auch schon was ich meine wie voll das ganze hier ist ist ja schon reiche ja ja schon aktion hier hinten das obwohl wir auf karten mal so langsam gestellt haben ich hätte ich mal vor wie wir würden die wirklich mit voller geschwindigkeit arbeiten oder ohne die sind die leger also wenn ich jetzt das wieder komplett rausgenommen hätte das wäre ja apostrophe schnell gewesen wäre ja mammut werden würde der zimmer viel zu stark lenken es geht gar nicht deswegen so ist das schon vollkommen in ordnung und die kisten also die kiste zum ausländen gesagt hat der zeit vor allem weil wie gesagt die mesekon maschine auch glaube durch wegläuft auch wenn man gar nicht on ist oder wenn kein benutzer in der nähe ist dann läuft ja auch weiter ist also sowieso mal ganz spannend so egal wie machen wir mal freund paus und dann ja wenn wir in der nächsten folge mal direkt anfangen hier in der stadtrundfahrt zu machen dann ist wirklich noch mal die mehrfelder hier abnehmen das probieren mit wenn wir probieren brauchen und dann turnieren turnieren wir mal in der weltgeschichte rum gibt es ja etwas wie ein kompass wahrscheinlich nicht das heißt ich müsste mir irgendwie mal eine kompass mod noch installieren und wie viel 60 klar einfach nur plastik und holz ist schon klar keine platine kenne ich kein gar nichts macht sinn und 228 oder zumindest schon mal ein eigen gehäuse macht zwar absolut keinen sinn weil das auch ein plastik gehäuse okay wenn man schon um welche alten geräte hier abstrahierten sind dann gleich richtig ich meine ok der c64 wurde brotkasten genannt und brotkasten waren damals aus holz vielleicht deswegen aber naja aber sonst macht das eher wenig sinn gut ja von daher würde ich nur sagen schau mit v und dann sehen wir uns irgendwann mal wieder also gleich bald umfang tschu